Nee, sobald runde Sachen dazukommen, ist es vorbei. Ich kann jetzt nicht. Du kannst nur acten. Hier geht's weiter. Komm her, klein Mystery. Ich will dich abschluchten. Okay, tschüss. Das war doch nur Spaß. Ich mach dir auch mal gleich noch Spaß. Das sieht schon schön aus. Ich mach dich net Stark Spaß. Okay. Oh man. Ich mach Ramsey Bowden Spaß. Ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmsicht machen wir dann wieder ein bisschen Haus Action. Mal gucken mal da, was da abgeht und ob jetzt noch mal die Mutanten zu Hause besuchen und so. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nicht Bock drauf, oder? Also Mutantenbesuch, ey. Ich würde einen Tee kochen. Ich würde auf jeden Fall einen Tee kochen. Vielleicht wollen wir ein bisschen Kuchen backen. Keine Ahnung. Ja, Kuchen, bisschen Pancakes. Ein bisschen Plaudern mit dem. Oh, ich hatte heute Pancakes zu frühstück. Alter, war das nice. Echt jetzt? Pancakes mit Erdbeeren und Ah und Seehoff. Oh Gott. Gönn dir, Brudi, gönn dir. Ja, hab ich, hab ich. Schön, schön. Brudi. Ich würde halt jetzt nicht echt noch gerne in das Katana finden. Habt ihr gehört, Leute? Er hat Brudi gesagt. Brudi, gönn dir, Brudi, gönn dir. Ja, jetzt ist gelüftet Mystery und ich sind Brüder. Geist. Ja, als ob du das jetzt raushaust. Das schneiden wir raus, oder? Ja. Tschüss. Ich will das nicht vergessen, rauszuschneiden. Ich weiß nicht, ob die Menschheit schon dafür bereit ist. Alles klar. Jeder, der keinen Sarkasmus versteht, raus. Tschüss. Warte, warte, warte. Die kennen wir. Was kennen wir? Hier bin ich angekommen. Das war dieses ekelhafte Ding, wo man geschwommen ist, Chris. Wo du jetzt tauchen musst. Das war dieses ganz ekelhafte. Hier waren wir schon, Chris. Echt, jetzt war das das? Ja, 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 ja. Das kenn ich noch. Das war bitte nicht machen. Okay. Lass mal bitte wieder gehen. Tschüss. Ich hab das seit letztem Mal noch ganz knapp überlebt. Ich hab jetzt schon wieder keine Orientierung hier. So. Aber ich hab's erkannt. Sehr gut. Danke. Ne, lass mal bitte nicht machen. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich wieder ganz zurück zum Anfang und da den anderen weggehen. Weil da ist das Katana. 100%. 10 out of 10. 20 out of 10. Sinds auch so gut wie da bei einer Stunde, ne? Nein. Das ist, das ist, das ist, das ist falsch. Die Anzeige spinnen. Das ist Quatsch. Ich würde erstmal gleich, wenn wir da wieder sind bei dem Lagerfeuer, mal kurz so ein Speicherding bauen. Ah, das können wir gar nicht bauen, weil wir keine Holzstörer haben. Als ob. Aber wir haben Stickies. Man braucht 14 Stickies und Blätter, um das zu bauen. Um das Einfachste davon zu bauen. Ja, das geht? Ja. Dann lass es mal machen, okay? Ja, lass mal machen, Brudi. Ach, Brudi. Okay, lass mal das. Ja. Ich hab 9 Sticks. Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Sehr gut. Kannst du mal in deinen Inventar gucken, bitte? Ja. Ich hab 10 Sticks. 10 Stück. 10 hast du? Ja. Sehr gut. Dann können wir uns eins bauen. Ja schon. Ein Zelt gelöt. Weißt du? Weißt du? Verstehst du, Brudi? Weißt du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Checkst du? Wo ist denn du jetzt eigentlich lang schon wieder? Ach, du bist hinter mir. Alter, du bist so ein Creep, Alter. Wieso? Kennst du die ganze Zeit hinter mir, ey? Wo ich denke, dass du einfach vor mir bist. Die ganze Zeit. Richtig creepy, ey. Ja, da schlage ich dich in der letzten Folge. Dir müsste ich nicht im Dunkeln begegnen. Wieler? Wirklich nicht. Ne. Alter, diese Scheiß, diese Drecks, diese Ohrenfass war, Alter, wie schon die ausgeht. Passt das? Ja, Mann. Die Haltbarkeit so. Kann man nur wenigstens ne Minute. Vielleicht ist es immer ne Minute. Vielleicht ist es immer ne Minute. Die Taschenlampe, die Batterien von der Taschenlampe halten auch nur 10 Minuten. Gott. Ah, Mann ey. Das ist so scheiße. Das war's schon wieder. Was? Die war schon einmal ausgegangen. Die geht ja immer einmal zwischendrin aus, ne? Nein. Die ist, ich hab die vorhin nur deaktiviert. Deaktivieren müssen. Weil ich meine Waffe gewechselt habe. Okay. Jo, 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 jo. So, jetzt sind wir wieder hier. Und wenn ihr euch ertragt, wo hier ist, dann sag ich euch, das ist da, wo nicht dort ist. Hopp. Alla hopp, ey. Alla hopp. Können wir in YouTube vielleicht bitte wirklich schreiben Los Forrestos statt The Forest? Nein, Mann. Das klingt irgendwie für fancy. Du bist auch so fancy. Ich bin super fancy, Alter. Ich bin der Fancy King, Alter. Was ist denn los mit dir? Man nennt mich Le Fans. Der einzig wahre, unverwechselbare. Le Fans. Ach, Mann. Ah, da vorne sind wir ja schon wieder fast beim Ausgaben. Jo. Die Hölle war gar nicht so lang. Dann lass doch mal jetzt hier unseren Speicherplatz machen. Ja, da wo unser Lagerfeuer ist, ne? Ja, hier. Ja, dann lass mal machen. Warte, ich baue und du packst das dazu, was du hast. Mhm. Warte. Das hier. Stellen wir direkt nebens Lagerfeuer, würde ich sagen. So, hier so. Mhm. Binge Bongo. Speichern. Nice. Schlafen brauchen wir noch nicht, ne? Ne. Ist eher Quatsch. Ist auch Quatsch, ja. Ist, ist Quatsch. Man sieht, glaube ich, im Inventar, wie spät ist das, oder? Weiß ich nicht. Ne, ne, das ist nur das Feuer. Okay. Ja, wir müssen noch weiter zurück, ne? Ja, ich würd sagen, wir wenden jetzt erstmal hier diesen Part. Ah, ich wollte das Ganze gerade noch finden. Hast du keine Zeit mehr aufzunehmen, oder wie? Doch, noch ein bisschen, aber jetzt nicht nochmal ne Stunde. Ne, es dauert keine Stunde mehr. Bis dahin. Na gut, okay, dann machen wir gleich weiter. Okay. Ich wollt grad sagen, mein Freund, ich wollt grad sagen, jetzt würde hier auch mal durchgezogen. Oh, hier sind wir, ey, das kenn ich. Hä? Oh, müssen wir hier echt jetzt? Wir haben hier diese alle, diese Teile durchgeschlagen. Ah, okay, 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 okay. Entspann dich. Ne, Alter, ich kann mich einfach nicht entspannen, Alter. Weißt du, ich bin, ich bin, ich bin unentspannt. Sehr unentspannt bin ich. Sehr unentspannt. Ähm, bi, 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 bi. Was hier unten? Bibi, bi, bi, bi. Boah, Chrissi, 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 hier geht's auch runter. Ja, aber sind wir da hergekommen, oder? Ja, stimmt, nein, 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 ja, stimmt, das, ja, du hast recht. Da sind wir nicht da gegangen. Das hab ich vorhin schon, ich hab das vorhin schon bemerkt, aber, ähm, dir nichts gesagt, weil du so euphorisch warst, geradeaus zu gehen. Pfff, geradeaus, so eine schöne Richtung. Ist ja euphorisch beim geradeaus gehen. Pfff, kann man bitte auf, egal. Ja, euphorisch, euphorotika kann man, oh, sind das. Ah, Köpfe. Ja, gut, ne, so wahrscheinlich. So, komm, hier, im Kopf, im Kopf ist ne Kassette. Super. Nehmen wir mit, oder? Kann man auch benutzen. In dem nächsten Körper ist das Katana, Achtung. Es steckt auf jeden Fall in dem Körper drinnen. Glaub ich. War es zumindest mal so. Wenn sie es nicht geändert haben, ist es immer noch so. Oh, Knochen. Für meine Knochenrüstung. Oh, ein, 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 ein Ding. Ich hab ein Kreuz mitgenommen. Ich hab ein, ich hab das, ich hab das Loch gefunden. Guck mal, da ist ein, 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 ein. Oh ja, und ich hab das Kreuz dabei. Was bringt dieses Kreuz? Weih, ich glaub das, manche Sachen sind einfach nur Andenken. Könnte ich mir vorstellen. Und ist das ein Stein? Okay. Hier ist nichts weiter. Doch hier, hä? What? Hier geht's lang. Interessant. Wie ich hier lang? Ich weiß nicht. Malab. Haha. Du siehst aus wie eine Lillebutada. Oh. Irgendwie ist man hier direkt Dynamit. Ich weiß nicht. Kann man mitnehmen. Was ist denn noch? Aber wir sind bei Loch. Ja, ja, das hab ich dir vorhin schon gesagt, weil wir dieses Kletterding gefunden haben. Juhu, juhu, juhu. Ja, hast du recht. Oh. Okay, aber wir müssen wieder zurück. Sollen wir nicht runter springen? Back to... Ja, ich springe einmal, oder? Okay, tschüss. Mach mal, mach mal, bitte. Mach mal. Oh wow. Ich hab, ich hab dein Aufplatschen gar nicht gehört. Oh ne, es war anders, ne? Ja, sehr realistisch. So. Jetzt haben wir... Jetzt fehlt uns wirklich nur noch ein Gang. Noch ein Gang. Und mit diesem Gang muss das Katana sein. Und mit dem Katana können wir einfach alles zerschlitzen. Ich werd sogar mit dem Katana Bäume füllen. Ja schön. Mit einem Schlag gehen die denn kaputt. Wenn man die mit dem Katana schlägt. Ist noch ne Kassette. Ich kann die Kassette nicht aufsammeln. Die backt sich immer in der Luft rum. Ist mir egal. Schass auf die Kassette. No one needs the Kassette. Die... Es lockt aber Dings an, ne? Da lockt Kannibalen an. Ah, irgendwann müssen wir jetzt nicht anhören. Ich mein, wenn du das draußen machst. Komm kurz ne Medizinschlucken. Du musst deine Pillen wieder nehmen, ne? Mhm. Sonst wirst du wahnsinnig. Was? Die Kuh in dir kommt durch. Kommt in mir durch? Die Kuh kommt in dir durch. Okay. Yes. Nein. Hu. 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 Warte, da kommen viele Menschen hier liegen. Ja, die machen Urlaub. Tot. Eingeweichte Dollar lagen da rum. Eingeweichte Dollar. Mhm. Kannste wieder entweichen. So gemacht. Kannst du dir was kaufen von. Ein Eis. Mhm. Oder ein Schokoriegel. Echt? Oh, ein Eis wär jetzt cool. Verstehst du? Ein Eis wär cool. Ein Eis wär Eis. Ein Eis ist immer sehr cool. Ja, ne? Auch im Winter ist Eis cool. Ja. Ja. Kennst du dieses Wassereis Calipo Cola? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber kennst du das? Ja, kenn ich. Das ist richtig lecker. Ich hab vorhin, als ich nach Hause gegangen bin von meiner Freundin, so einen kleinen Jungen gesehen, der das in der Hand hatte. Mhm. Ich hätte ihm das gerne weggenommen. Kennst du dieses Kaktuseis? Ja, kenn ich. Ach, das mag ich. Dass das so, ähm, sparkelt. Ja, genau. An der Spitze. So. Das mag ich ja. Im Mund so, macht es so Geräusch. Genau. So. Wir sind da lang gegangen. Warte, ich trinke hier nochmal kurz was, so. Und nehme dann wieder neu mit. Trinkst du noch ein Bier, ja? Ja. Ich kann jetzt halt mit aufhören. Versprochen. Oh, okay. Sehr special alles hier. Na ja. Ist dich gerade vor mich geteleportiert. Ja. Er hat ne Enderperde gehabt. Ja ja. Das war der, äh, mystery aus dem Panarelli-Universum. Der ist jetzt noch hinter mir. Gott ey, was tun wir uns hier alle. Würde die Lampe gerne mitnehmen. Warum das finde ich so sinnfrei, dass man das dann nicht mitnehmen kann? Ha. Oh. Hast du, hast du noch ne Flair? Oh. Ich hab noch, hab noch zwei Stück. Aber ich würde hier echt, na gut, hier kommen. Gehn dir. Ja, aber irgendwie hab ich das Gefühl. Irgendwie waren wir schonmal, oder? Ja. Hast du das Gefühl auch? Ich hab das Gefühl, ich würde es nicht sicher sagen. Nein, nicht sicher sagen. Hm. Nee. Enten ist ein Ausgang. Ich glaube hier waren wir nicht. Glaub ich. Also laut Buck. Laut Buck. Laut Buck ist da ein Ausgang. Nein, hier waren wir noch nicht. Oh nein. Weil hier ist ein Typ ans Kreuz genagelt. Oh, da ist Mutant, Mutant, Mutant. Wo? Ah, Super Mutti. Hier ist die Super Mutti. Sehr schön. Oh Gott. Warte, warte. Ich versuche ihn zu bewerfen mit, äh. Nein, nein. Wow, die sind auch noch normale Typen. Ah, warte. Ich... Erstmal den Mutanten fertig machen. Richtig. Richtig. Alter. Oh, ich muss, ich muss Medizin schlucken. Ich auch. Shit. Ich weiß, ich brauche nochmal Medizin. Und Leguan anziehen. Oh mein Gott. Ja, ist tot. Ja, ist tot. Der Super Mutti hat das tot. Sehr schön. Und die anderen? Ja, hier lebt alle. Die kommen jetzt auch auf dich zu, ne? Ja. Also einer, ein Krieg. Oh Gott, sind ja voll viele. Habt denn einen? Hinten zu noch. Der ist auf dich fixiert. Ja, hier bin ich, ne? Hier steht... Nein, 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 nein. Mit dir war's das jetzt. Alter. Das war grad krass. Stoffhetzen. Ist das eine Frau? Haben die eine Frau angenommen? Nö, ist ein Kerl. Aber... Ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg. An sowas kann ich mich erinnern. Dass hier so... Typen waren, die aussahen wie Mafiosis. Die japanische Mafia. Sieht gar nicht creepy aus zum Glück. Nö, gar nicht. Das ist... Normalerweise gar nicht. Oh, ich nehm mal ein Bei mit. Oder auch nicht. Oh Gott, das war grad echt... Ich hab grad fast alle Medizin verbraucht. Das war grad ein bisschen. Ich hab eine Medizin noch. Ja, meine komplette Rüstung ist gerade kaputt gegangen. Bei dem... Kollegen. Ist das mal deine Rüstung kaputt? Geht das ja auch im Winter. Ja, ich hab eigentlich echt viel Rüstung. Deswegen. Okay, hier geht es runter. Lass uns aber erstmal nicht runter gehen, sondern weiter gehen, oder? Lohntens sind sehr viel Kleidungsfetzen. Lass uns runter gehen. Das sieht irgendwie nach einem richtigen Weg aus. Aber lass mal mal kurz hier gucken. Nee, jetzt bin ich schon runter gegangen. Okay, okay. Dann komm ich. Sag dir, wenn das jetzt ein anderer Weg war, ne? Ja, wir gehen ja sowieso nochmal zurück. Ja. Trotzdem sollten wir jetzt nicht mal gegen Mutant und die anderen Gleichstellings kämpfen. Hier liegt was. Und noch ein Broken Toy. Und Bilder von Timmy. Timmy, du kleiner Bastard. Was hast du hier gemalt? Ha, außer du sagst Bastard. Ja, wenn er nicht mit seiner Frau verheiratet war, ist er doch ein Bastard. Ja, warum weißt du das? Ja. Ich rate einfach. Bist du selbst der Einer? Na, was? Was? Der Typ, den wir spielen, ist der Vater von Timmy. Nein, nein, ich meine nicht. Wenn der nicht verheiratet war, dann ist Timmy ein Bastard. Da oben ist ein Ausgang. Da oben ist ein Ausgang. Das ist ein Ausgang? Ja, stimmt. Ja, nee, den wollen wir hier. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier nicht raus. Ich bin ein Höhlenmensch. Okay, dann müssen wir doch zurück und hier ist der Ausgang. Genau. Wir müssen ja hochklettern, ne? Warum mache ich meinen Fackel wieder an? Oh, schieb einen Koffer von mir her. Wollen Sie den Koffer kaufen? Wollen Sie den Koffer kaufen? Nee, nee. Quatsch. So, dann doch da lang. Okay. Genau. Das hast du gut beobachtet. Danke. Ich bin sehr stolz auf dich. Boah, jetzt gibt es hier wieder eine Abziehung. Das gibt es doch nicht. Echt jetzt schon wieder? Ja. Jawohl. Nee, sieht nur so aus. Okay. Okay. Ich habe jetzt gedacht. Ich habe im Strahl gekotzt. Dreieck. Fiek. Fiek. Ah, das macht so Spaß, das alles zu erkunden mit dir hier. Ich finde es so cool, dieses Projekt. Aber wir haben ja dann auch fast alle Höhlen erkundet, ne? Aber was wir als große Mission noch haben, ist bei uns zu Hause dieses Zeug alles zu machen und dann halt das Schneegebiet. Ja. Und Timi finden wir auch. Oh Gott. Ja, Timi finden wir. Also wenn wir es nicht das Zufall so finden... Möchtest du noch eine Flair werfen? Nee, ungern. Falls wir wirklich einen Notfall haben. Wenn Mut halt auf uns zukommt, dann haben wir auch einen Notfall. Okay. Wäre nicht nötig gewesen, die zu er... Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Katana. Ich habe es gefunden. Ich wusste, dass es hier ist. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben das Katana gefunden. Wo ist es denn? Wo ist es in meinem Inventar? Ich finde es nicht in meinem Inventar. Und ist das abgefuckt? Scheiße, wo ist es? Ganz links. Ganz links. Oh, ist das furcht. Ganz links? Guck ihn euch an. Stimmt. Oh. Es macht Schaden. Und es ist schnell. Und es ist super. Toll. Ja Leute, heftig. Wir haben es Katana gefunden. Jetzt können die... Oh, hier ist alles voller Manie. Vor allen Dingen, hier ist noch ein Lagerfeuer. Ist ja lustig hier. Ist ja lustig. Ey Leute, jetzt haben wir einfach alles im Leben erreicht. Ich meine... Wir haben jetzt Katana. Ey, ist das... Ist so heftig. Oder ein Katana? Ja. Aber das haben wir uns auch verdient jetzt. Ja. Krass Leute, guck mal. Wir haben einen Katana. Ganz viele Uhren und so. Ganz viele Gedärme. Die würde ich auch kennenlernen. Aber ich kann das Lagerfeuer nicht anzünden. Kannst du? Ne. Ich würde es spontan vorschlagen, dass wir jetzt rausgehen. Und dann nach Hause laufen. Ja. Wurde grad sagen. Wir müssen vorher noch speichern. Ja. Dann lass uns da zurück gehen den Weg. Ja. Mega cool Leute. Mega gut. Mega gut. Katana Action ist super gut. Ja. Und die moderne Axt haben wir auch noch... Ey, wir sind wirklich... Hey, moderne Axt und Katana. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute beides schaffen. Wir sind Dora the Explorers. D-D-D-Dora. 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 Dora the Explorer. Kennst du nicht mehr, oder? Bist du alt dafür? Ne, kenn ich nicht. Ah, das war ne Kinderserie, Alter. Die haben alles von Deutsch ins Englisch übersetzt. Und ich dachte mir so, Alter, ihr seid krass, Mann. Ihr seid so krass. Ey. So, warte, wie war das jetzt hier? Wir sind hier doch... Äh... Warte, wo dann? Ja. Irgendwo in der Höhle. Hier in der Höhle war das Seil? Nee. Nein, hier nicht. Nee, guck mal hier. Hier weiter, hier weiter. Wir sind grad zu weit gelaufen. Wir sind zu weit gelaufen. Wir müssen hier hoch. Da war grad dieser Mafiosi. Da ging's runter und... Da sind wir lang gegangen. Genau, jetzt müssen wir hier runter gehen. Ja, stimmt. Hast recht. Orientierung ist weg. Backpack, Rucksack. Rucksack, Backpack. Ich würde... Ich bin echt gespannt auf den nächsten Kampf. Wenn wir dann die Katala benutzen. Dann machen wir... Ting, 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 ting. Und dann haben wir... Ting, 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 ting. Dann haben wir frisches Sushi. Weißt du? Was? Einfach Sushi aus den Gegnern gemacht. Sehr lecker. Wir tätowieren uns jetzt erstmal gegenseitig zuhause die Anfangsbuchstaben von unseren Namen auf Chinesisch an unseren Körper. Nein. Und ebenfalls auf Skantana, dass wir so verbunden sind, weißt du? Nein. Aber du kannst dir gerne für mich einen kleinen Finger abschneiden. Das machen nämlich die Untergebenen von Yakuza-Bossen so. Ich überhole dich mal kurz, ja? Tschüss. Hä? Kannst du mich verarschen? Kannst du mich den überholen? This is not possibly. Doch. Der Mysterio aus der Paralleldimension ist an mir. So, als wenn du sprinten würdest. Ja, ich hab keine Ausdauer. Ich auch nicht, aber es geht trotzdem. Stimmt. Hä? Was? Was sind wir denn? Was sind wir denn? Uns zuhause? Ne. Ne. Ne, was? Ne. 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 Ist nicht euer Ernst. Wir sind einfach direkt zu... Na toll. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht weit. Ist doch super. Als obi. Als ob wir einfach direkt zuhause sind. Ey, hier sind Freunde. Hier sind Freunde. Die wollen das Katana ausprobieren. Und die Augen. Das wär übrig. Hallöchen Puppechen. Ja, es ist geil. So schnell, wie schnell man einfach ist. Oh Gott, statt trotzdem. Bin ich zerschlitzt, Alter. Ich bin Schönheitschirurg. Ich hab keine Ausdauer. Ach, ich hab keine Ausdauer deswegen. Ah, Mist. Komm her, du Louis. Ich geh mal nach Hause, ne? Tschüss. Ja. Immer schön Cola trinken für Ausdauer, ne? Hm? Immer schön Cola trinken für Ausdauer. Ja, 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 ja. Der ist wieder aufgestanden, der Häuptling. Komm her, du Affe. Komm her, du stöte dich. Schlachte. Springt einfach zwei Meter runter. Schlachte deine Familie. Ob einfach hier unser Zuhause ist. Das war faktisch. Wie lange wir letztes Mal auf der Suche waren. Wir haben wieviel lange 40 Minuten nach der Höhle gesucht. Ja. Oh Gott, ey. Und dann haben wir es echt ab für andere Seite. Und wir hätten das beide schon so oft sehen können, weil wir beide schon öfters auf dieser Seite waren. Ja. Oh, ich hab sogar einen Hasen im Lauf gerade geholt. Mit dem Katana. Alter, das Katana ist so gut. Ja, ist einfach so schnell. Damit können wir alles überleben. Mutanten. Pfff. Katana. Mutant was? Was? Ganze Dörfer voller Kannibalen. Pfff. Katana. So, also. Einfach Hashtag Katana würde ich sagen. So, klitsche hier. Die Tür ist immer noch am Start. Wer holt's Baum? Katana. Hörst du? Alles Katana. Wir spielen jetzt Fruitman General auch hier. Ja. Ey, bestes Spiel. 10 out of 10. Alter. Chris, ich hab dich kurz. Weil du den, den Typ in der Hand hattest. Hab ich gedacht, da steht grad so ein Mutanten viel. Super, oder? Oh, hier sind sehr viel giftiger. Kann das sein? Was giftiger? Siehst du noch so aus. Was denn? Also ich glaub das, die paar AS-Dinger sind grün markiert. Ja. War giftig. Für mich sind die alle nicht giftig. Also nicht grün. Bis mal. Die sind noch schön frisch und saftig. Ja, alles cool. Okay. Alles opti-mopti. Ja, gut, dann würde ich sagen, Leute. Das hat dich mehr als gelohnt, diese Aufnahmesession. Ja. Mehr als gelohnt. Hat auch richtig Spaß gemacht. Wir speichern das Spiel in Slot 1. Wie viele Tage haben wir nämlich jetzt? Ich hätte mal gucken können, wie viele Tage hat er. Was sagen? Ehm, Tag. Ah, der wird nicht angezeigt. Mist. Nur wenn man das lädt. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bei Rabe. Geh mal vor uns in Kammeln. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Bei a mystery. Otakato. Waaah. Ciao.